Servus Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Dragon Ball Legends. Ey Jerry, ich hab für Jujutsu Kaisen abonniert. Ja, ich werde noch in anderen Gacha Games Summons machen. Wenn ich was zu Summonen habe, werde ich auch welche machen. Und zu Legends Festival bietet sich das an. Ja, ich hab 16.000. Und mal sehen. Also auf diesem Account hab ich nicht so viel. Das ist eine Art alternativer Account. Und ja, wir werden Summonen. Wir werden bei beiden Bannern erstmal einen Durchlauf machen. Fangen bei Gokoblack an. Und schauen mal, was wir so ziehen. Ich will einfach nur ein Video machen. Weil ich gerade die Idee hatte, ein geiles Legends Festival Artwork zu erstellen. Und ja, dann sah das so geil aus. Dann hab ich ein Fumbnet draus gemacht. Und jetzt hab ich Bock, da ein Summoning Video draus zu machen. Und das sieht doch schon mal nicht so geil aus. Green Skies skippe ich eigentlich direkt. Was mache ich hier so lange rum? Das ist dieser Dingens alternativer Account. Und deswegen werden sehr viele Charakter los da sein und neu. Wir werden einen Durchlauf bei beiden machen, wie schon gesagt. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mir die Stats nicht durchgelesen. Eigentlich interessiert mich Leibniz auch nicht so krass. Ich hab mir nicht immer alles runtergeladen. Das ist wieder Green Skies mit 5 Pods. Das wird ein normales Parking wahrscheinlich. Ja, er ist C-17. Und dann hauen wir wieder rein. Wow, der Bardock. Der kann auch mal meine Eier legen. Ich hab keine Ahnung. Und im Game mehr. Es ist viel zu lange her, dass ich es aktiv gespielt habe. Aber wenn ich ein Video raushauen kann, hau ich es raus. Morgen gibt es dann die relevanteren Summons. Mit Juta in Phantom Parade. Dega, was ist denn das hier für ein Scheiß? Es gibt den Dreck. Wir wollen nur die Elefs haben. Was anderes will ich hier gar nicht sehen. Ich weiß nicht mal die genauen Sachen. So, wie viele CC jetzt genau ein Multi sind. Und wahrscheinlich werden sich das Video auch ein paar Leute angucken, die mich nicht kennen. Leute, ich bin normal One Piece Trinacos YouTuber gewesen. Und jetzt mittlerweile Jutsu Kaisen Phantom Parade. Deswegen seht es mir nach. Ich kenne mich nicht mit jedem Gacha-Game aus. Das müsst ihr schon anderen Leuten überlassen. Und irgendwie sind die Summons scheiße. Die Summons sind richtig, richtig scheiße. Ich glaube, Legends Festival war damals 30% Sparking Rate. Man hat da 1800 Siegkräfte gekriegt. Und heutzutage kriegt man Arsch. Heutzutage sind 1200 eigentlich schon fast Standard, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht genau. Nächster Step ist dann gratis. Mal gucken. Dann switchen wir mal rüber zu Vegito. Also, schon wieder Greenskies. Greenskies gebe ich generell. Einfach Müll. Gar nichts gezogen. Nichts. Nada. Nicht mal irgendeine andere Legends Limited, die nicht Coco Black ist. Nicht mal die Nebencharakter. Obwohl der, glaube ich, die meisten Raids hat in diesem Banner. Aber egal. Ich glaube, ungefähr 4000 CC sind ein Multi. Schauen wir mal hier rein. Schon wieder Greenskies. Schon wieder ein Skip. Und bei Coco Black wurden wir hart in den Arsch gefakt. Okay. Okay. Dann gehen wir mal zu Vegito rüber. Legends hat endlich auch mal den We Saiyans Have No Limits gedroppt. Mal gucken. Apropos. Ich kenne mich schon mit Dragon Ball aus. Und bin auch riesen Dragon Ball Fan. Aber ich bin die andere Seite. Ich spiele Dokkan. Ich hätte mir jetzt auch einen Account kaufen können. Mit 80k CC hätte ich eine Stunde summonen können. Und dann, ja Leute, guck mal, ich habe alles gezogen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bro. Weißt du? Da gehe ich lieber mit einem alternativen Account rein, den ich noch gefunden habe. Von meinen 1000 Accounts. Du hast dich ja in Legends. Oh, mal guck mal. Nicht mal Greenskies. Ich habe trotzdem nichts gekriegt. Ach ja. Legends stinkt sich. Komm, Bruder. Geh in deinen Dokkan rein. Geh in Legends. Ach, in Legends. Geh in Phantom Parade rein. Wir wollen dich nicht haben hier. Huh, doch. Vielleicht schon. Wenn wir verlieren, haben wir glaube ich einen von den beiden neuen Charaktern. Also entweder Vegito oder wer ist der noch im Heim? Kann sein. Verlieren wir? Nö. Zwei Sparkings. Und Future Gohan. Und dann aber nicht mal neu. Oh, sogar. Wow, sogar drei Sparkings. Wow, 9,9%. Oh mein Gott. Digga. Ich triggere ihn aber damit auch immer, gell? Nur 90,9%. Halt mal deine Fresse, Mann, Alter. Oh, es lädt lange runter. Green Skies. Freezer. Drunks Kind. Topo. Ja, die hätten wir uns alle sparen können. Ja, ja, ja. Bla, blie, blub. Leckt meine Eier. Ich habe auch keine Hemmung, jetzt alle CC reinzuballern, weil ich werde das Game hier nicht mehr weiterspielen, denke ich. Selbst wenn ich jetzt hier irgendwas ziehen sollte, wird das nichts an meiner Aktivität in Legends ändern. Das Game ist schon für mich lange dead und ich kriege die ganze Zeit Green Skies. Das ist... Gibt es eigentlich noch so neue Animationen, die man nicht kennt. Hm, keine Ahnung. Mir ist auch egal. Okay, Leute, ich will euch jetzt hier nicht die Laune vermiesen, aber ich kann euch nicht hier was vorspielen, was ich gar nicht so empfinden, weißt du? Deswegen ein bisschen gucken. Will ich danach noch in Vegito rein oder in Goku Black? Boah, guck mal, hier einfach gar nichts. Einfach gar nichts. 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 Oh, Legends Limited. Oh, wow. Der, wo ich gezockt habe, war der schon da vor... Boah, was hat ein Lettens für ein Anniversary gehabt? Sechstes, siebtes? Ich glaube, sechstes. Ja, vor drei Jahren war der mal krass. Ich weiß nicht, ob er heutzutage immer noch krass ist, aber ich bezweifle es mal und ich habe einfach weitergedrückt in Vegito. Ey, ich kriege die ganze Zeit nur Green Skies. Das ist Dragon Ball Green Skies, nicht Dragon Ball Legends. Ja, komm, wir switchen jetzt hin und her in jedem Banner. Keine Ahnung. Ich fühle es das Game irgendwie nicht mehr. Also ich feiere die Artworks so cool. Ja, kann ich für Videos benutzen wie, keine Ahnung, Sparking Zero später. Wow, Tau bei bei. Juck nicht. Vegeta kann man noch rein. Pff, Vegeta. Vegeta ist eine Sparking. Hier, Turls neu, piss dich, Junge. Ach, du Scheiße. Naja. Wohne. Erwartet hier nach nicht noch ein Dragon Ball Legends Summon. Das war das erste und letzte auf diesem Kanal. Ja, vor allem auch mit Super Sengoku. Ja, ganz wichtig. Aber stellt euch mal vor, ihr spielt dieses Game aktiv. Ihr habt 16.000 gespart und jetzt zieht das, was ich hier gerade ziehe. Ich muss meinen Lack ein bisschen drainen, weil morgen Utah kommt. Um 7 Uhr morgens. Und Utah wird crazy. Komm, ich skipp einfach alles. Ich skipp einfach alles. Oh, die sind cool. Das sieht voll richtig cool aus. Aber wieso packen sie ein GT Side Character in, ähm, in Dingens, in den Dragon Ball Super Banner? Hä? Das check ich irgendwie nicht. Aber egal. Mal sehen. Äh, 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 äh. Ja, Freezer, komm. Leck, oh ja. So. Nächster Step ist wieder gratis. Gratis, gratis. Wow, Green Skies. Wer hätte es gedacht? Wow, gar nichts. Wer hätte es gedacht? Das Beste, was ich gezogen habe, war, glaube ich, bis jetzt vierfacher Gogeta. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wo? Ja, ja, ja. Lied wieder. Oh, guck mal hier. So ist es doch schön. Mit Dragon Balls und, äh, Weltraum. Ja. War mal da. Hilfe, Hilfe. Alter, morgen werdet ihr den Hype Jerry hören. Morgen geht es richtig los. Weißt du, ich mache Dragon Ball Legends Videos. Die ganze Dragon Ball Legends Community, die hier zuguckt. Und ich denke, wow, guck mal, ein Neu-Kommling. Ja, einfach schon wieder die beiden Fotzen, Alter. Ähm. Ja. Boah. Ne, morgen Utah Summons, morgen richtig im Hype. Mal gucken, ob man ziehen oder ob man weinen. Ich glaube ja, aber wir werden weinen. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie viele Multis habe ich denn? Ich glaube, vier oder fünf. Aber ich werde natürlich noch die ganzen Packs holen, falls es Packs gibt. Also mit Tickets, Ticket Packs. Ich hoffe es, weil für den Part 1 Banner gibt es Tickets. Und ja, morgen kommt auch das neue Story Event, wo wir auch nochmal Cubes kriegen. Durch Login kriegen wir noch Cubes. Also wir kriegen noch einige. Ich drücke einfach schon wieder bei Goku Black durch. Ne, wir switchen jetzt erstmal wieder rüber zu Vegeto. Vegeto Blau. Oh man, Alter. Ich gehe mir mit Null raus, mit Zero. Spucking Zero. Wisst ihr, ich bin ja, ich bin ja nicht mal, ähm, ich habe ja nicht mal irgendwas gegen ein paar Videos, äh, Dragon Ball. Es kommen auch noch wahrscheinlich Dokkan-Videos. Aber, also das Main-Programm, das Hauptprogramm ist Jujutsu Kaisen. Aber wenn was in Dokkan zusammen gibt, dann sammle ich da. Oh, what the fuck, man. Oder wenn, keine Ahnung, was in Bleach Brave Souls zusammen gibt, dann sammle ich ja. Also sammle Videos werden in jedem Gacha-Game kommen, was ich zocke. Also, eigentlich nur in Dokkan, in Jujutsu Kaisen und in Bleach. Ja, das war's eigentlich. Naja. Aber erwartet jetzt bitte nicht hier so News und Details zu LF, Goku Black und Vegeto. Und ich glaube, das war's mit den Sonnen, oder? Oh, wow. Hallo, was seid ihr denn? Pisst euch. Das ist, glaube ich, nicht Vegito. Die werden, glaube ich, zu Gugeta. Keiner weiß, Alter. Mach die mal weg. Mach die mal weg, Junge. Pisst euch einfach, ihr Atzen. Wer bist du? Oh, mein Nicken. Pisst dich, Junge. Ja. Goku und Vegeta, blau. Ja. Wenn ihr mal Bock auf Spucking Zero habt, live. Stream. Dann. Jilla. Dann drei. Digga, was? Nochmal. Kommt alle in den Discord. Dann schauen wir mal, wie wir es machen. Oh, Rainbow Schrift. Was heißt das? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Rainbow Schriften, wir verlieren? Oh, blau, wie geht da? Heißt das jetzt einer der beiden Neuen, oder heißt das jetzt einfach Verpestig? Weißt du? Oh. Ja, okay. Oder heißt Vegeta blau einfach nur garantiert neuer Charakter? Oh, wow. Dieser Vegeta, der war auch mal gut, als ich gezockt habe. Der hat glaube ich sogar relativ früh seinen Senkai gekriegt. Aber dieser Vegeta, das ist so meine Zeit, wo dieser Vegeta blau rauskam. Da habe ich gezockt, da habe ich gezockt, ja. Ja, ja, ja. Ja, und dann sind die Summons gleich schon wieder rum. Dann, keine Ahnung, können wir noch Tickets aufmachen? Ja, das ist ja typisch, ne. Wenn man von einem anderen Gacha-Game kommt und in einem Gacha-Summon, da wird da nie was gegönnt. Warum habe ich die so oft? What the fuck? Also ich werde den Account danach auch nicht weiterspielen. Wahrscheinlich werde ich eben irgendeinen Kollegen geben, so. Hier, Bruder, fang mal an, Bruder. Keine Ahnung. Ich werde den Account opfern. Opfern, Digga. What the fuck, man. Bin ich bei Goku Blackheart oder bin ich bei Vegito? Ich habe keine Ahnung. Habe ich geswitcht oder habe ich einfach durchgedrückt? Scheiße. Ne, ich glaube, ich bin bei Vegito noch, oder? Ja, ich bin bei Vegito. Und wir sind bei beiden dieselben Steps. Wo will ich den Banner durchziehen? Ich glaube, bei Goku Black. Ah, ja, Freunde. Freunde, 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 Freunde. So, tschüss. Reicht jetzt. Ich habe keine Bock mehr. Ich habe keine Bock mehr. Digga, wer bist du denn? Baby Trunks besessen? Crazy artwork, ja. Sieht gut aus, das artwork. Also das kann Legends. Artworks. Ich finde, Legends ist das Gacha mit den besten Artworks. Das muss man in Legends schon lassen. Und ja, das war auch mit den Summons. Wir machen gleich noch die Tickets auf. Und danach, pfff, komm, tschüss. Komm, Abfahrt hier. Ja, Space, kannst du dir in den Ars schieben? Was kriegen wir? Eine Legends Limited. Das sind die Androids. Brauche ich nicht, juckt mich nicht. Noch eine Legends Limited, der neue Goku Black. Werde ich das Spiel jetzt zocken? Nein. Ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß es nicht, Digga. Ne? Also, ja, der ist cool und so. Aber werde ich das Spiel jetzt zocken? Nein, Digga. Werde ich das Spiel zocken? Nein. Bro. Also, ich meine, das kann Legends. Legends kann richtig gut Artworks machen und so. Und ja, aber mir gefällt es einfach nicht. Mir gefällt es nicht. Okay. Wir machen die Tickets auf, Freunde. Und damit ihr alle euer Maul haltet. Ey, nein, ey, chill, bräuchte euch. Lass mal ein Like da. Kannst du dich mal entscheiden? Du Fotze. Okay. So. Guck mal, der Pity ist auch viel zu krass. Ich weiß es nicht, wie das Sparen in diesem Game ist. Und dann spart man sich einfach mal so. Äh, wie viel ist denn das? Es gibt 40.000 CC. 40.000, ja. Spart man sich das an? Kann man das schaffen? Also, ja, kann man. Aber wie viel muss man dafür skippen? Keiner weiß so. Oh, es gibt hier wieder sowas. Das ist doch auch cool. Glaube ich. Schauen wir mal rein. Es gibt. Haben wir schon. Das ist jetzt bei Vegito. Heißt, wir könnten hier noch Vegito ziehen. So. Pam. Pam. Oh, wow, neu. Oh, wow. Gucko Black. Gucko Black. Naja. Und jetzt ziehen wir hier natürlich noch ein Gucko Black. Bam. Nee. Goan Black. Bidi. Ach, ja. Ach, ja. Zack. Wow, ein Fake-Out. Als wüsste ich hier nicht, dass mir das wahrgehen konnte. Gut, Freunde. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr habt's genossen. Wir haben ja einen von den beiden gezogen. Und dann, joa. Was gibt's denn hier noch so? Ja, hier. Oh, wow. Legends Festival Tickets. Zehn Stück. Krank. Damit danke ich mich schon mal recht herzlich fürs Zusehen. Sobald der Multi-Door ist, wird das Video enden. Oh, wow. Kriegen wir einen LF? LF. Nö. Jetzt aber. Nö. Jetzt. Okay, es geht. Jetzt. Nö. Jetzt aber. Nö. Ja, okay. Ja, also, ich mein, so ein Sparking-Multi nimmt man sich schon mal mit. Aber, Freunde, wir sind es mit. Tschüss.